Oh, 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 jetzt geht's doch ab. Aber die sind giftig, die sind richtig piecig. Ja, haben wir recht. Die Mama ist auch cool, die packen mir einen Joghurt ein, aber keinen Löffel. Ne, mit dem Finger. Ja, kann ich dir jetzt nicht helfen. Ah, er macht Fotos. Er macht Fotos. Aber dann müsste er von allen Fotos machen. Ja, er ist jetzt losgegangen, hat überall das nochmal schön fotografiert. Am besten Abschrauben. Aber die müssen das ja auch nicht dokumentieren. Ja. Ah, jetzt geht's auf einmal. Guck, kaum kommt die Blande raus. Ja, guck dir mal da vorne jetzt wieder. Wenn die, gut, die können zum Glück, können die noch ein bisschen nach rechts. Blande geht nicht. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er hier weiter nach vorne zieht, weißt du? Schön gerade. Oh Gott. Oh Gott. Waltham. Ja. Okay. Ah, ich zwar nach Deutschland. Ah, ich schw so. Ah, ich hole so. Also nächste Woche. das ist das problem bei der rettungsgasse das gesagt wird du darfst nicht recht über den weißen strich rüber in anderen ländern heißt es so jetzt ganz nach rechts rüber damit hier die rettungsgasse frei bleibt das problem sind die lkw auf der zweiten und dritten spur und 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 Untertitelung ab 20.09.2021 Es ist immer fast da, oder? Ich denke mal, das ist jetzt über 22 Jahre alt, oder? Schuster nach Platzschuster, schlägt da noch. Ja, und da vorne ist ein LKW-Unfall. Ja, siehst du, Bücher fährt noch mal nach rechts rüber, Bücher da. Oh Scheiße, richtig weg. Dann sind wir hier noch dabei. Und da vorne ist ein LKW-Unfall. Und da vorne ist ein LKW-Unfall. Und da vorne ist ein LKW-Unfall.